So, heute für euch im Test meinen Salute Bombenrohr und zwar das Thundercong Whistling, ein Bombenrohr mit Pfeifaufstieg. Die NEM Pro Rohr steht hier leider nicht drauf, sind die aus dem Thundercong Powerpack und dann würde ich sagen gehen wir diese schönen Teile einfach mal testen. Ich denke mal jeder kennt sie und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der Zündung. Thundercong Whistling, Pfeifaufstieg, den ersten. Doppelschuss Thundercong Whistling. Doppelschuss Thundercong Whistling 6 Bis zum nächsten Mal.